Besonders für unsere Stadt ist natürlich das Rudern, als die Stadt mit einer der erfolgreichsten Schulrudervereine Deutschlands, die sind ja ganz voll und die finde ich super. Die Stadt ist schöner, die Stadt viel Spaß hat, die Stadt hat da wirklich gute Menschen. Und was noch typisch ist, was ärgerlich ist, die Dauer und die Baustellen. Ich habe überall Versöhnung, das finde ich sehr schön und ich bin selber Versöhnung. Das ist eine Stadt, die muss man kennenlernen und dann liebt man sie. Sie sind alle fremdlich. Das ist auch ein Museum, sehr, sehr schön und da haben wir viel Musik und Kultur auch. Das Dockfest war jetzt auf jeden Fall ziemlich cool, das bringt einfach so eine Vielfalt in die Stadt. Herr Präsident, Einmeister, sehr geehrte Vertreter des Magistrats, sehr geehrte Fraktionsvorsitzende, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter unserer vielfältigen Stadtgesellschaft, sehr geehrte Gäste. Zur Einstimmung auf diesen Neujahrsempfang haben Sie Johann Sebastian Bach vorgetragen durch das Konsortium Kasselanum, bestehend aus acht Musikerinnen und Musikern des Kasseler Staatsorchesters gehört. Und nur zu gerne würde ich in meiner Rede gleich zu Beginn an die Lebensfrohheit der Musik und die positive Ausstrahlung des eben gezeigten Films Kasselanum über unsere Kasselanum jemals remigriert oder deportiert werden. Das ist das, was wir in der Stadt haben. Ich bin unendlich stolz und voller Hoffnung und Zuversicht für unsere Stadt, dass diese Meinung heute durch 15.000 Menschen auf dem Friedrichsplatz ist unsere Stadt bezeichnet. Applaus Kasselanum 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018